Ey Karo, ich kriege den Anruf, Digga. Hä? Hey, wo hast du meine Telefonnummer? Ey Leute, guckt mal! Mich hat einfach... Was geht denn? Was geht denn? Gut, Primax, das hat ja vorrangig funktioniert. Was geht denn, du bekommst, Leute, im OMA-TV-Video. Wir haben heute zum... Ja, direkt Primax getroffen. Peace. Primax, kannst du heute... Hol mal wieder das Kissen, Primax. Tatsächlich. Kannst du mit dem Kissen auf deiner Couch eine Batista-Bomb machen? Mir geht immer eine Batista-Bomb. Nee, ich glaub, die Couch hält das nicht aus. Okay, kannst du Randy Orton AKO machen? Okay. Okay, Primax, zeig, was du kannst. Mach jetzt einen richtig heftigen AKO. Watch out, watch out, watch out! Yo, du siehst normal aus. Yo, du auch. Warum hast du eine Maske an wegen Corona, oder weil du erst mal an der Cover bleibst und gehst hier auf? OMA. Ja, das ist der zweite. An der Cover. Wie heißt du? Emma. Hallo, Emma. Und du bist 17. Ich bin 13. Ach, du heiliger Bimbab. Kannst du deine Maske mal abnehmen? Nur, weil du siehst voll... Ey, du siehst halt reifer aus. Du jetzt so von hier. Ich... Ich setz die Maske auf, wenn ich mich nicht zeigen will. Also... Frag doch nicht immer, ob ich die abnehme. Okay. Okay, ich merk schon was schlecht ist, oder? Hallo? Ganz kurz. Gib nicht weiter. Vertrau mir. Ich bin... Guck mal. Ich bin real. Und ich... Wie muss das sagen, man? Hola, senorita. Sexy. Pff. No portugisch. No portugisch. Englisch. And I speak language. No englisch. No. You can show boobs. No. Ah. Shit. Espanol. Mulheres. Mulheres heißt immer... You nice Mulheres. 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 Hey, warte mal, warte mal. Ey, kann euch anrufen, Digga? Ja. Von wem? Hä? Was machst... Hä, wo hast du meine Telefonnummer? Habe ich wieder irgendwie ausgerufen. Oha. Ey, Leute, guckt mal. Mich hat einfach... Dieses Mädel angerufen. Uff. Einfach so. Oh mein Gott. Ja, was ist denn? Also die Leute haben 10.000 Likes geschafft. Was ist denn jetzt mit dem Treffen? Also machen wir das? Ja. Also ist das mit dem Treffen 100% jetzt? Oder hast du noch irgendeine Anforderung? Äh... Oh nein, du hast noch eine Anforderung. Wenn die Leute dieses Video liken und sich abonnieren, dann treffen wir uns wahrscheinlich. Okay, pass auf. Du hast beim letzten Mal schon gesagt, wir treffen uns. Du musst jetzt zu 100% versprechen, dass wenn... Wie viel Likes auf dieses Video? Pass auf. Guck mal, wir treffen uns ja eh schon. Die Leute haben 10.000 Likes vollgemacht, wir treffen uns eh schon. Das weißt du. Aber... Okay. Wir machen das einfach so, dass wenn die Leute 10.000 Likes auf dieses Video machen, dann machen wir beide ein Omo zusammen. Okay, ja. Das ist gut. Ist das ein Deal? Ja. Okay, Leute. Also Abo dalassen und 10.000 Likes. Ja. Okay. Okay, Deal. Oha. Oha. Was geht ab, Bruder? Du bist nicht der Echte, oder? Nein, bin ich nicht der Echte. Ich werde immer verwechselt, Bro. Fack mich auch selber ab. Was machst du auf Omo, Bruder? Hast du Lust zu Frauen? Nein, tatsächlich. Ich bin hier mit einem Freund, der macht auch Musik, der ist schon ein bisschen bekannter. Wir sind gerade im Würstchor und zaufe uns einen rein. Und da warten wir. Omo TV ist eine Gäste. Prost, Jungs. Was ist nochmal am Schluss? Prösterchen. Prösterchen. Mach mal Tornado mit dem Glas. Nie. Bro. Wir machen ein YouTube-Video und wir suchen heute kranke Aktionen. Legst die Scheiß runter. Ich bin vom Dorf. Das war nix für mich. Guck mal, Echsen ist nice. Aber Caro, jetzt mal ganz ehrlich. Was hältst du davon, wenn der einfach so das auf dem Gesicht macht? Oh mein Gott. Das Feinschissbier ist Feinschissbier. Das mach ich nicht. Ein paar Sekunden später. Entzünde den Pornado. Auch trocken. Bruh. Oh, scheiße. Also, du hast es versucht, Bro. Eventuell ist was daneben gegangen. Ganz kurz. Klopp dir. Bier in der Gas ist gesund. Oh. Digga. Keine Ahnung. Bruder. Herzlich willkommen im Video, mein Freund. Herzlich willkommen im Video, Bruder. Ich küss dein Herz. Möchtest du jemanden grüßen, Bruder? Leo. Elias. Und alle meine Freunde. Ich küss dein Herz, Bruder. Ich küss dein Herz, Bruder. Ich küss dein Herz, Digga. Ich küss dein Herz, Digga. Auch rein. Ich liebe dich. Wie können die Leute drin lassen? Aber sollen wir auch... Wie können die Leute drin lassen? Aber sollen wir auch... Wir können auch... Ey, Mädels. Ich stehe auf Füßen. Oh Mann. Ey, Patti, was geht ab? Du bist mein Mädchen. Skipp mich doch nicht! Wie alt seid ihr? Ich bin 18. Ich sitze, ja. Aha, also die Recht darf schon rauchen. Die andere macht ein bisschen undercover. Ja, ja. Okay, Mädels. Sie darf auch. Wir gehen heute der unheimlich spannenden Frage auf den Grund. Was findet ihr an Männern so richtig attraktiv? Wenn sie gut riechen. Mh, Parfüm ist richtig. Am besten nicht nach Zigaretten, ne? Am besten nicht nach Zigaretten stinken. Ja. Das wär am besten. Das stört mich nie. Wenn sie gut riechen, okay. Und noch irgendwas? Ähm... Wenn sie so runtergekommen aussehen. Ja, so wenn sie was Hygiene wesentlich mache. Würdet ihr sagen, das ist die heruntergekommen aus? Oder würden sie sagen... Das ist ein bisschen... Ja, es gibt halt welche. Die machen so gar nichts so gefühlt. Übrigens im Buschbart, in der Fresse. Weihnachtsband-Look. Okay, okay. und ich finde wenn die wenn die netz mädchen sind also wenn die erste vor jungs oder so tun ja mal cool als wir haben schon mal gehört dass die mädels eigentlich auf arschlöcher stehen und nicht auf so nette also sie wollten richtigen prinzen dafür dass wir nicht funktionieren immer das alles scheiß ich hoffe dass ihr das schon immer noch versteht du ich hab seit zwei jahren freund der ist komplettes arschloch bestes beispiel ok 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 uh Wie alt seid ihr, alle drei? Hm, 16. Was macht ihr, Mädels? Warum seid ihr auf Ohrmund? Weiß ich nicht. Und langweilig? Okay, Mädels, da könnt ihr irgendwas. Könnt ihr ein Vorwärtssalto. Rückwärtssalto. Wie ein Salto? Wir sehen hier auch ein Toller-Warsch. Ich glaub, die kacken gerade im Internet ab. Ja. 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 Was geht? Ey, Ape-Crime einfach, Digger. Ein Kollegah. Ey, Bro, sei ehrlich, siehst du auf den Kollegah, der ganz links. Link? Kollegah, Kollegah, Young-Hurn und der andere weiß nicht. Alter, kannst du mir eingefallen tun? Sag mal kurz, sag mal kurz, sag mal kurz. Kannst du mir eingefallen tun, kannst du mir gerade eingefallen tun? Kannst du einen Kollegen von mir grüßen? Noah. Safe, Bruder. Noah, was geht ab, Bro? Warte, warte, jetzt nochmal. Mach mal. Yo, Noah, Digger, liebe Grüße, reden raus von Kollegah und Young-Hurn. Scheiße, Mann, jetzt muss ich nochmal ein Video dafür. Junge Mann. Warte kurz, warte kurz. So, jetzt nochmal, komm. Wie heißt der nochmal, Nico? Noah. Noah, Digger, Grüße, reden raus von Kollegah und Young-Hurn, Bruder. Komm, Dillard, ich küsse den Herd. Okay, jetzt müsst ihr auch was machen. Okay, Bruder, let's go, Kollegah, zeig, was du kannst. Hallo, hier ist Kollegah, das ist Alpha und neben mir chillt. Yo, yo, ich bin's, Jaguar. Geil, Jungs, Digger, ehrlich. Hier ist Farid Bang, mit warm. Ähm, die schwebte Gitter. Hey, Jungs, ich danke euch mal. Ja, klar, gerne. toldore, it's a joke. D silicone, ne. Je coi portugais. Je portugais. Si? Ähm, obligado ... vur sash. Kendi's portugais? Englisch, englisch. You're not Portuguese. You? You? Ahhhhh! Voll작. Schaut auf jeden Fall bei Orange Orange vorbei, er ist ein geiler Streamer, geiler YouTuber und er macht coole Videos, lasst einen Daumen, folgt ihn Ich küsse deinen Herz, Bruder, ist es okay, wenn du mit dem Video drin bist? Warte mal eben, der Kopfhörer ist rausgerutscht, ich höre nichts mehr Ist es okay, wenn du mit dem Video mit drin bist, Bruder? Natürlich Alles klar, Bro Ja Leute, wenn ihr mehr von oben haben wollt, lasst auf jeden Fall ein Abo daumen, nichts mehr zu verpassen Wir sind in diesem nächsten Video